hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ich packe hier gerade das touch ebl 41 aus ein türschloss mit fingerabdruck funktion dass man aber auch auf andere weisen öffnen kann eine ganz coole sache dachte ich mir probieren wir mal aus ein smartes türschloss dass man echt mit fingerabdruck öffnen kann man kann es mit einer smartphone app öffnen mit einer rfid chip karte und mit einem notentriegelungs mechanismus den es dann eben auch noch gibt also klingt doch eigentlich ziemlich cool ob es so ist und wie einfach sich das ganze einrichten lässt in der app mit dem einbau ob es ordentlich funktioniert und 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 das finden wir jetzt gemeinsam raus ja und dann legen wir direkt mal los ausgepackt ist ja hier schon alles ihr seht hier ist das türschloss dort haben wir den teil mit fingerabdruck sensor einem knöpfchen hier ein kleines display vermute ich mal und hier unten drunter noch eine kleine klappe die ist ja im notfall sehr sehr wichtig einmal können wir das ganze hier resetten wenn man hier mit so einem kleinen simi jack tool oder einer büroklammer hier rein piekst und wir haben den usb anschluss aber nicht zum aufladen da steht sondern nur zur notentrie gelungen das heißt wenn gar nichts mehr geht hier die stromversorgung die batterien sind leer dann kann man hier eine powerbank anschließen und dann trotzdem noch mal die tür auch aufbekommen von außen von innen geht sowieso immer da kann man hier den knauf nämlich tränen da seht ihr das und der einbau soll ziemlich einfach sein ihr setzt einfach das vorhandene schloss mit dem hier fertig ist die laube keine kabel verlegen kein gar nichts einfach einfach ja einfach einfach so kann man das sagen geht für breiten zwischen 50 und 100 mm das kann man nämlich einstellen habe ich mir eben schon angeschaut einfach hier mit dem im bus man kurz hier ein kleines schräubchen lösen und dann kann man nur wenn es locker genug ist hier die verschiedenen breiten einstellen hier ist das ganze auch noch mal schön nummeriert also somit sollte das für die aller allermeisten schlösser auf jeden fall passen so jetzt kommt aber erstmal schritt eins wir müssen ich mache das mal eben wieder fest wir müssen erstmal hier das schloss in betrieb nehmen unseren fingerabdruck einrichten das ganze mit der app verbinden et cetera et cetera app muss man sich natürlich runterladen gibt zur ios und android habe ich schon getan dann braucht unser schloss natürlich strom das wäre ganz praktisch dafür müssen wir erst mal hier ein schräubchen lösen mit dem vorhandenen im bus und dann hier diese ganze äußere metall verkleidung runternehmen das ganze ist übrigens gut abgesichert ip 65 das heißt das könnt ihr das ganze jahr draußen hängen lassen natürlich wer blöd wenn man im winter oder bei schlechtem wetter das schloss reinholen muss hier ist die abdeckung voll metall und dann öffnen wir hier die klappe und können dort die batterien einlegen die übrigens nicht mitgeliefert werden ich habe die falschen raus gekramt triple a batterien kommen hier rein drei stück an der zahl und dann einfach wieder abdeckung drüber und schraube zum sichern wieder rein drehen jawohl und da bekommen wir hier auch ein lebenszeichen da könnt ihr es sehen also hier ist immer der aktivierung knopf und da haben wir auf dem display dann so eine kleine anzeige noch mal drauf inklusive akkustanz anzeige übrigens ihr werdet hier benachrichtigt über die app wenn der akkustand unter 20 prozent fällt dass man doch mal am besten die akkus oder es sind ja leider keine akkus ihr könnt akkus reinpacken die batterien austauscht so also strom hätten wir dann gehen wir mal zur app ich habe mir die schon runtergeladen das ist hier diese wii log app dann öffnen wir die einfach mal da muss man sich kurz anmelden und dann kann man loslegen wir fügen jetzt hier ein neues gerät hinzu wii log hinzufügen und müssen dafür den qr-code der hier drauf ist einmal kennen so einmal bestätigen kamera erlauben dran halten einige modelle der log core id werden ebenfalls an der box angebracht übrigens wenn sich jetzt hier denkt der typ zeigt ja alles ich gehe später mal dahin und schau mal ob ich da rein gekommen ja vergesst es das schloss hier wird bei mir nur testhalber eingebaut da habe ich schon jemand anderen der sich hiermit dann später beglücken wird an seiner tür also deswegen kann ich ja alles zeigen keiner weiß nachher wo das ding wirklich landet bei mir zu hause nämlich nicht so jetzt haben wir das schloss hier hinzugefügt gehen wir mal da hin und keine weiteren funktionen tut sich da schon irgendwas jetzt ist es verbunden cool und jetzt kann ich hier auch schon einen vorgang vornehmen ich drehe das mal ein bisschen dass man das gleich sieht so wir schließen jetzt einfach mal es dauert moment erfolgreich verbunden und da ist es entsperrt genau so ist das ganze jetzt wieder gesperrt also so kann man das schon mal hier über die app steuern dann gibt es ja noch die möglichkeit das mit diesen rf id karten zu machen drei stück werden mitgeliefert ich glaube bis 20 stück kann man registrieren und bis 100 fingerabdrücke könnt ihr hier registrieren drei davon können als administratoren hinterlegt werden auch ganz cool wenn man so eine firma oder sowas hat dann kann man also die ganzen mitarbeiter hier registrieren und braucht nicht unendlich viele schlüssel und sowas stelle ich mir ganz praktisch vor für so einen anwendungsfall schauen wir doch mal ganz kurz in die app was können wir alles sehen hier ein entsperrt protokoll schauen wir uns das mal kurz an kann man wohl sehen auch später wer wann dann hier aufgesperrt hat hier sieht man schon mal ja um die uhrzeit wurde entsperrt da wurde entsperrt jeweils von apple cats mit der app und dann sieht man das eben nachher auch wenn die fingerabdrücke zugeordnet sind wer war es denn jetzt hier bitteschön so wir können dann auch so ein paar verschiedene dinge machen machen wir hier mal karte hinzufügen und zwar unbefristet ihr könnt auch befristet so eine karte hinzufügen auch sehr schön der praktikant kommt vorbei für eine woche dann kriegt er so ein kärtchen hier und danach klappt das im kärtchen nicht mehr auch wenn er vergisst das teil dann vielleicht abzugeben so wir müssen noch mal den code scannen dann der jeweiligen karte wird verbunden sehr schön nicht mal ausgepackt karte wurde hinzugefügt das geht es echt einfach das gefällt mir gut und dann schauen wir doch mal ich weiß gar nicht wo ich die hin halten muss einfach so dran halten funktioniert nicht man muss jedes mal hier das knöpfchen drücken direkt unter dem scanner unter fingerabdruck leser zum aktivieren dann halte ich mal die karte dran und es steht dort an lockt hörn hände wunderbar so funktioniert das war easy jetzt kommt aber hier das weswegen wir alle eigentlich da sind der fingerabdruck und den kann ich auch irgendwo hier glaube ich hinzufügen naja wer lesen kann ist klar im vorteil hier steht administrator fingerabdruck registrieren also das mache ich jetzt noch mal vor dem einbau also die taste hier fünf sekunden lang drücken 1 2 3 4 5 administrator ich lege mal hier auf und jetzt soll ich den finger noch ein bisschen bewegen hier steht immer move finger so user admin 1 das wäre dann ich so was das das wäre einfach gewesen mal schauen ob er mich auch schon erkennt also wenn ich jetzt ankomme einfach knöpfchen drücken fingerabdruck drauf und da steht an lockt turn händel cool das war einfach das war echt einfach hoffen wir dass der einbau genauso leicht funktioniert so ein bisschen werkzeug haben wir ja auch hier schon mitgeliefert ihr seht einmal acht guck mal hier da ist ja sogar was zum resetten so eine kleine nadel mit dabei hier noch mal ein kleiner kreuz schlitz wortfindungsstörungen schraubendreher aber ich mache das doch lieber mit dem akkuschrauber also jetzt geht es an den einbau so der einbau ist fertig ich kann hier schon händig den riegel schieben und auch hier vorne dann nur so sperren der einbau war wirklich einfach das kriegt jeder in fünf bis zehn minuten locker hin so leicht wie ein schloss auszutauschen und ich habe jetzt hier auch schon abgesperrt also ich kann die tür nicht öffnen und kann dann eben auch hier durchdrehen kann man also gar nichts machen so ich komme jetzt an möchte gerne rein knopf drücken fingerabdruck entsperrt und dann kann ich hier die tür einmal entsperren ich mache jetzt hier den ganzen riegel mal vor und kann die tür öffnen wunderbar tür noch mal schließen ich drehe noch mal und ja nach einer kurzen zeit geht es direkt schon wieder auf durchdrehen das heißt zum zusperren muss ich auch knöpfchen drücken fingerabdruck drauf und dann greift das ganze system und ich kann hier nochmal zusperren fertig und die türe ist nicht mehr zu öffnen so leicht geht das echt gut so jetzt hat es schon wieder gesperrt und dreht durch noch mal knöpfchen drücken finger drauf und aufsperren ich muss jetzt hier viel viel drehen und zack türe öffnet sich also das funktioniert wirklich gut ich muss sagen die ganze einrichtung hier so jetzt hat er sich wieder auf durchdrehen gestellt ich sperre ab die ganze einrichtung hier die war echt super einfach also da gibt es nichts dran zu meckern app einrichtung war einfach mit dem rfid war einfach hier den fingerabdruck einzustellen das war auch echt einfach gewesen finde ich gut also wirklich das hat hier seinen berechtigungszweck natürlich gibt es jetzt leute die sagen aber hier nicht optimal und da mit sicherheit könnte besser sein und klar gibt es bestimmt aber aber ich finde das ganze system hier ist von der nutzung der einrichtung an dem ganzen handling echt gut gemacht gut durchdacht und einfach vom vom anwender her gesehen eine sehr einfache geschichte wie man sowas machen kann soll noch mal zusperren der wird auch wirklich gut erkannt hier der fingerabdruck da gibt es kaum mal dass er sagt nö ist nicht der richtige oder so also ich würde mal sagen 9 von 10 nimmt er hier auf den ersten moment und alles weitere dann auf den zweiten obwohl meine finger ein bisschen der angiert sind erkennt er das wirklich gut also wer sowas brauchen kann ein türschloss mit fingerabdruck scanner rfid code scanner oder auch der möglichkeit das ganze per app zu entsperren zu kontrollieren wer ist wann rausgegangen wer hat die tür entsperrt ja also da gibt schon viele einsatzzwecke denkt euch die mal selbst aus ihr wisst wofür ihr das brauchen könnt und ich verlinke euch das schloss hier unter dem video in der video beschreibung kostet gerade mal ich finde gar nicht mal so teure 139 euro im moment das kann man machen für so eine coole funktion noch schöner wäre es natürlich man könnte das hier irgendwie aufladen aber naja man kann nicht immer alles haben im leben also das wäre es gewesen ich sperre zu und sage vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal hier bei mir apple cat macht's gut ja 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 ja